Da gab es doch immer diesen einen Film, wo man die Immobilien komplett unter die Welt retten muss. Aber wenn man auf die mittlere Tasten drückt, dann macht es gelegentlich auch Geräusche. Aber nicht auf allen, glaube ich. Es gibt ein oder zwei, die Geräusche machen. Zumindest war es mit Zeit, aber vielleicht ist es mittlerweile auch kaputt. Sieht schlecht aus. Ne, keine Geräusche mehr heute.